Ein ganz liebes Hallo in die Runde. Na, meine Lieben, geht es euch gut? Ich hoffe doch. Also mir geht es gut. Ja, meine Kinder trudeln gleich ein, aber ich wollte vorher unbedingt noch ein Video drehen. Und zwar, wie heißt die nochmal? Ich wollte eine Panelcard mit euch machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einmal ganz kurz verzweifelt, obwohl es gar nicht schwer ist. Also wenn alles nach Plan verlaufen ist, ist das Video ja auch schon online. Also ich hoffe. Ansonsten gibt es das nächste Woche. Der ganze Mechanismus ist ja nicht schwer. Also das ist jetzt nur so ein Prototyp. Aber irgendwie bin ich am Anfang daran irgendwie ein bisschen gescheitert. Mal ganz kurz lesen, weil ich mit meiner Freundin mich heute verabredet habe. Wir wollen noch zu Action. Ich würde euch da auch gerne mitnehmen, aber ich darf in meinem Action auf jeden Fall nicht einfach so filmen. Das muss man ja vorher mal abklären, so mit Drehgenehmigungen und so. Also so kleine Sequenzen ist kein Problem, aber ich kann jetzt nicht alles filmen, ohne eine Genehmigung zu haben. Ich habe auch schon mal die Pressestelle von Action angeschrieben, aber da hat sich keiner zurückgemeldet. Naja, dann halt nicht. Oh, mein Bauch knurrt. Ich habe noch nichts gegessen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, okay. Also heute Nachmittag geht es zu Action mit Maus. Mit Maus ist meine beste Freundin gemeint. Und ja, also ich habe nur beste Freundinnen. Genauso wie ich nur Lieblingssöhne habe und nur Lieblingshunde. Ich habe das gerade vorgestern. Genau, vorgestern habe ich das bei Instagram erzählt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da wieder drauf gekommen bin. Da ging es um Lieblingssöhne, weil ich immer zu jedem meiner Söhne, es hört sich an, als hätte ich zehn Söhne. Also zu jedem meiner drei Söhne sage ich immer, du bist mein Lieblingssohn. Und dann kam ich da irgendwie drauf, dass ich das nicht haben kann, wenn jemand einen Hund bevorzugt und das auch noch ausspricht. Das ist ein Unding, finde ich. Das macht man einfach nicht. Das macht man mit Kindern ja auch nicht. Also ich bin ja auch wirklich sehr direkt. Aber manche Sachen sollte man sich tatsächlich nur denken und nicht aussprechen. Ich finde das, weiß ich nicht. Ich finde das richtig daneben. Das hatte ich nämlich erzählt. Ich habe das schon mal erlebt. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Das meinte diejenige auch gar nicht böse, aber es hat gesessen irgendwie. Ich mag das nicht haben. Egal, ob es nun Ella oder Nala. Man kann sich das, wie gesagt, denken, aber bitte nicht aussprechen. Das macht man einfach nicht. Jetzt muss ich das mal einziehen lassen, weil meine Hände sehen aus wie von einer 80-Jährigen. Dadurch, dass das so kalt draußen ist und ich die auch nie eincreme und viel zu wenig trinke. Aber das hatte ich euch ja auch schon mal erzählt. Ein bisschen viel benutzt. Lasse ich das jetzt einwirken und dann versuche ich mal, das Video zu drehen. Aber vorher muss ich mir noch mal Gedanken machen über die Deko. Die Deko ist ja immer das Schönste. Das ist ja immer das제로 zu machen. Musik Mama kommt doch gleich wieder. Auf Mäuschen. Ja. Mama kommt gleich wieder. Ich bin nicht lange weg. Du bist ja auch nicht alleine. Nein, die Lala ist da. Und die Jungs sind da. Ich komme gleich wieder. So schnell ist das Sportmobil zum Actionmobil umgewandelt. So ist es. So ist es. Und apropos Sport. Wann gehen wir wieder? Morgen unbedingt. Morgen unbedingt. Habt ihr gehört? Ja. Wie viel Uhr? Sagen wir halb neun. Halb neun ist okay. Ja. Würde ich sagen. Wir sind wieder fleißig. Dann kann ich vorher noch ne Kleinigkeit essen. Ist ganz gut. So. Und jetzt kommen Gespräche, die keiner hören soll. Und deshalb mach ich die Kamera aus. Musik Ich bin wieder zu Hause und selbstverständlich wird erstmal eine Taschenkontrolle gemacht. Ich muss euch leider enttäuschen. Da ist gar nichts für euch drin. Musik Ich habe wirklich schöne Sachen gefunden. Ihr seht schon. Auch Papier. Mal wieder. Ich habe so einen schönen Blog gefunden. Ich bin so glücklich. Das zeige ich euch morgen ganz in Ruhe. Es ist mittlerweile draußen echt dunkel. Und dann können wir ja morgen viel besser gucken. Ja. Ich zeige euch das auch morgen, Nala. Ja? Da ist wenigstens für euch drin. Musik 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 I don't care at all, baby, you got my attention, so you were saying, oh no, I don't see the logic of things, it's quite a lonely world that we're living in, oh baby, you are something special, I'm sure, everything makes total sense, when you're next to me. Meine beiden Mäuschen, ich sitze hier gerade ganz muckelig in meinem Schaukelstuhl mit euch, ich kann nur leider nicht wirklich wippen, denn ich bin natürlich nicht alleine. Guckt mal, wie süß das ist, die beiden Mäuschen liegen hier auch und die Nala hat ihr Köpfchen direkt hier unterm Stuhl liegen, da muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist so stürmisch draußen heute Nacht, das war ganz schlimm, ich konnte kaum schlafen, ich hatte richtig Schiss in der Büchse, weil ich immer denke, das Haus bricht jede Minute ein oder ein Baum fällt um, wie auch immer, aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. Ja, ich war heute Morgen wie geplant schon beim Sport gewesen, ich glaube, da kommt gleich jemand, die Kinder trudeln langsam ein und deshalb will ich mich jetzt auch beeilen, denn hier steht was ganz Wichtiges. Mein Action-Einkauf von gestern zeige ich euch jetzt, ich packe das alles mal aus und breite das auf den Tisch aus und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Mein kleiner Assistent ist auch da, der hilft mir jetzt, ne Julian? Ja. Ach, die Nala, die Nala spielt, die hat da ja ihren Spielekorb, beziehungsweise das ist ja der Spielekorb von Ella und Nala. Und da holen die sich immer irgendwas raus. Tja, was ist es denn jetzt? Ach, ein Katzenspielzeug, die Maus, ist auch ganz hoch im Kurs. Ich habe das schon mal aussortiert, da waren noch viel mehr Spielsachen drin über die Jahre, da sammelt sich ja einiges an. Aber die beiden haben mir gesagt, ich darf nichts mehr wegschmeißen, die brauchen das alles noch. So wie wir Bastler auch unsere Bastelsachen alle brauchen, oder Julian? Weil Julian, der bastelt nämlich auch sehr gerne. Hast du aber lange nicht mehr gemacht, ne? Ja. Ja. Dabei haben wir uns eben über diese schönen Papiere unterhalten. Und ich hatte doch letztens noch zu euch gesagt, dass ich in der letzten Zeit, also wirklich lange schon, die Blöcke von Action einfach nicht mehr so schön finde. Also ich kaufe ganz selten Papier bei Action mittlerweile. Das war früher komplett anders. Aber bei diesen drei Blöcken. Also den klammere ich noch so ein bisschen aus. Der ist schön, aber der haut mich jetzt nicht mega vom Hocker. Aber diese beiden hier, ne? Also ich bin fast hinten übergefallen. So, so schön. Da mag ich jedes Papierlein. Besonders dieser Block. Es ist immer noch so windig draußen. Hast du es heute Nacht gehört? Nee. Oh, ich konnte gar nicht richtig schlafen. Ich hatte richtig Angst. Dann habe ich noch so einen Wellumblock. Kann man ja auch immer super gebrauchen. Gab es auch mit weihnachtlichen Motiven. Ich würde fast vorschlagen, dass ich mich gleich hinsetze. Und dann gucken wir uns das Ganze in Ruhe an. Dann hier ein paar Süßigkeiten. Der Luca Toni ist jetzt am Wochenende zum Geburtstag eingeladen. Und ich denke mal, dass sich irgendwie wieder ein Gutschein gewünscht wird, denke ich mal, oder? Oder Geld, wie auch immer. Und da packe ich immer ganz gerne was dazu. Ja, dann habe ich hier noch so eine kleine süße Kerze, weil ich nie dran vorbeikomme. Die riecht auch wirklich gut. Und nochmal so eine kleine Holzdochtkerze. Da bin ich so begeistert von. Eine steht ja auch in der Küche. Finde ich richtig toll. Deshalb habe ich die zweimal mitgenommen. Ja, und auch Gesichtsmasken. Die finde ich gar nicht schlecht. Ja, jetzt wo ich auf 50 zugehe, kann man sich auch meine Gesichtsmaske einmal in der Woche oder so mal gönnen. Dann habe ich hier Washi-Tape mitgenommen. Also normalerweise nehme ich nie Washi-Tape mit, oder? Also gar nicht. Ich habe hier auch genug und benutze die auch relativ selten. Aber die Motive haben mir so gut gefallen. Die packen wir selbstverständlich auch gleich gemeinsam aus. Dann habe ich hier noch eine Stanzform, beziehungsweise ein Stanzformen-Set. Was sagst du dazu? Richtig gut. Richtig gut, oder? Ist das nicht niedlich? Ich mag die auch voll gerne. Welche magst du lieber? Die. Die? Ich hätte jetzt gedacht, du sagst das Set hier. Ich finde beide süß. Ich könnte mich gar nicht entscheiden. Ich mag die Tiere. Guck bitte mal, wie süß das hier ist. So niedlich. Du magst die Tiere? Ja. Aber hier sind auch Tiere. Guck mal, wie süß das ist. Ich mag beide. Ja, ich mag auch beide. Werden wir dann demnächst verbasteln. Den Affen finde ich besonders toll. Ich finde den gut. Den findest du besonders cool? Ja. Cool. Ja, werden wir definitiv demnächst dann mal verbasteln. Dann habe ich hier noch so ein Körbchen mitgenommen fürs Badezimmer. Zeige ich euch auch. Ich erzähle euch immer, wo ich das hinstellen will. Und letztendlich seht ihr das dann immer nicht. Dafür ist der Vlog natürlich jetzt richtig gut geeignet. Werde ich euch alles nach und nach zeigen, wo die Sachen alle hin verschwinden. Dann habe ich hier noch so einen Korb. Die Farbe finde ich unheimlich schön. Das kommt in der Kamera gar nicht so rüber. Das ist so ein Naturton. Was ist das? Ein Beige? Nee. Wie nennt man das? Taube? Ja. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Brauche ich, um Sachen zu verschenken. Und hier war ich unschlüssig gewesen. Aber irgendwie finde ich das cool. Das ist so ein Blumentopf für draußen. Ja, habe ich jetzt mal mitgenommen. Das kommt dann nachher im Frühling auf die Terrasse. Werde ich dann schön bepflanzen. Ja. Und ein Duschgel für die Jungs. Das ist jetzt nicht so spannend. Und ich würde sagen, ich werde mal mir irgendwie eine Halterung suchen. Und dann zeige ich euch ganz in Ruhe. Obwohl, wir können auch rübergehen zum Schreibtisch. Das ist einfacher für mich. Dann gucken wir uns die Papiere mal ganz in Ruhe an. Das. Das. Wirklich? Ja. Das finde ich auch gut. Aber das finde ich besser. Das. Nee, da kann ich mich nicht entscheiden. Ich finde beide total toll. Ja. Da haben wir das Eichhörnchen nochmal. Das ist tatsächlich. Ja. Oder ist das wirklich ein Eichhörnchen? Ja. Sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus. Ich meine, der Schwanz ist ja ein Eichhörnchen. Ja, das ist ein Eichhörnchen. Ja, und dann wiederholt sich das, ja. Wie findest du faule Tiere? Fäule. Ich auch. Ich finde alle Tiere toll. Außer Mäuse. Für den habe ich ja so ein bisschen Angst. Das weißt du ja. Hier sind wir wieder am gewohnten Platz. An meinem Schreibtisch. Mit was fangen wir da am besten an? Mit dem Wellumpapier. Das kennt bestimmte ein oder andere schon. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe da aber, wie gesagt, auch weihnachtliche Motive gesehen. Ich blätter einfach jetzt mal so schnell durch. Sonst ist das langweilig. Wisst ihr, wenn ich so Wellumpapier sehe, dann denke ich immer an kleine Tütchen. Dass ich da kleine Tütchen draus basteln möchte. Das sieht bestimmt ganz edel aus. Mit dem Rosé-Gold. Oder auch mit sowas hier. Kleine Umschläge kann ich mir damit sehr gut vorstellen. Hier ist ein Blatt kaputt. Das hatte ich vorhin schon gesehen. Das ist auch hübsch. Die sind alle hübsch. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man das in Szene setzt. Ich mag die Farben sehr gerne leiden. Und Velum ist eh immer toll. Ja. Das ist dieser Block hier. Und jetzt... Ne. Wir machen erstmal mit diesem Block weiter. Der ist jetzt nicht so spektakulär. Aber auch schön. Da hatte ich nur ganz kurz überlegt. Nehme ich den mit oder nicht? Ja, ganz schlicht. Today is the day steht da an der Seite. Blättern wir ganz schnell durch. Hier ist auch ein Fehler, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Also für den Preis, denke ich mal, darf man wirklich nicht meckern. Das mag ich auch sehr gerne. Kann man ja immer gebrauchen. Das ist ja ein richtig schönes Papier für Verpackungen zum Beispiel. Das finde ich auch richtig toll. Das ist auch süß. Also man kann letztendlich mit allem was anfangen. Das ist dieser hier. Aber ihr merkt schon, es haut mich nicht vom Hocker. Aber es ist okay. Ich wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht unglücklich gewesen, hätte ich den liegen gelassen. Bin ich ganz ehrlich. Aber ihr wisst, wie es ist. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Block hier, ne? Der ist so schön. Der macht wirklich gute Laune. Der Julian und ich haben uns die eben ganz in Ruhe angeguckt, die Papiere. Und dann haben wir immer geschaut, welche Seite wir am schönsten finden. Also, ich meine, sowas kann man doch immer gebrauchen. So cool. Auch dieses hier. Das schreit nach Sommer. Da finde ich alles toll. Da könnte ich mich gar nicht entscheiden. Da finde ich jede Seite toll. Das ist auch richtig süß mit den Herzchen. So schöne Farben. Wenn ich zu schnell bin, sagt Bescheid. So. Und dann wiederholt sich das. Das ist dieser hier. Und jetzt. Trommelwirbel. Kommen wir zu diesem Block. Oh, der ist so süß. Der ist so, so niedlich. Schön. Oder? Guckt euch das mal an von der Farbe her. Wunder, wunderschön. Da sehe ich sofort eine, so eine Satin-Schleife drauf. Dann sieht das bestimmt auch ganz edel aus. Dann haben wir hier ein Eichhörnchen im Blatt. Das ist auch ganz hübsch gemustert. Das kann man jetzt in der Kamera schlecht erkennen. Aber die Farben sind halt alle auch richtig toll. Das finde ich auch mega. Dann hat man hier solche Kärtchen. So wäre ja auch besser, wenn ich euch das so zeige. Aber das kann ich mit dem Arm nicht. Ich habe nicht so lange Arme. Da kann man sich verschiedene Kärtchen ausschneiden. Auch sehr, sehr niedlich. Guckt euch das bitte mal an. Das finde ich auch richtig toll. Das ist alles niedlich. Hier finde ich die Seite noch schöner. Die Farben mag ich unheimlich gerne. Mit einem roten Schleifenband. Wie toll ist das bitte? So süß. Guckt euch mal die Tierchen an. Ja, das bereue ich keineswegs, dass ich den mitgenommen habe. Da freue ich mich so, so sehr drüber. Das finde ich auch richtig toll. Obwohl das auch schön ist. Also ich finde, muss ich ja nicht wiederholen, alle Seiten toll. Und hier kann man sich die ganzen Tiere dann ausschneiden. Also damit werden wir definitiv demnächst was machen. Also das kann ich euch schon mal sagen. Julian hat mir gerade erzählt, das ist sein Lieblingstier. Wusste ich gar nicht. Schade, dass ich nicht weiß, welches Lieblingstier mein Sohn hat. Aber ist so, ne? Man kann nicht alles wissen. Das finde ich auch richtig toll. Dann hat man hier nochmal so ein paar Tiere. Das sind so richtig schöne gedeckte Farben. Auch das ist toll. Ja, und dann geht das von vorne los. Ein sehr, sehr schöner Block, wie ich finde. Und wenn du probierst, du wirst nicht verstehen. Vielleicht ist etwas missing inside of dir. Just ein bisschen sugar to that harbett bitter. Vielleicht ist es anders. Wir kommen gerade von einem richtig schönen, ausgiebigen Spaziergang wieder. Das war so herrlich gewesen. Die Nala ist mittlerweile auch im Tiefschlaf. Und ich läute jetzt ganz offiziell für mich das Wochenende ein. Mit Kuscheldecke auf der Couch und einem Buch. Für mich gibt es nichts Schöneres. Also fast nichts Schöneres. Und apropos Buch. Ich weiß gar nicht, was ich euch zuletzt erzählt habe, letzten Sonntag. Da hatte ich, meine ich, das Buch Fourth Wing schon beendet. Oder ich wollte das beenden. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. War jetzt nicht so meins. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon erzählt. Mir fällt es so schwer, was Schlechtes über ein Buch zu sagen. Das möchte ich auch gar nicht. Das ist alles Geschmackssache. Das ist ja auch ein Kunstwerk irgendwie. Da steckt so viel Arbeit drin. Aber nun gut. Aber welches Buch mir richtig gut gefallen hat, das habe ich diese Woche innerhalb von zwei Tagen durchgelesen. Am liebsten hätte ich das in einem Rutsch durchgelesen. Ist dieses hier. Wenn sie wüsste, das ist wirklich so, so spannend gewesen, kann ich sehr empfehlen. Aber wie gesagt, ist alles Geschmackssache. Wenn ihr auf Spannung steht, dann lege ich euch das ans Herz. Und jetzt lese ich, habe ich gestern Abend angefangen, bevor der Kaffee kalt wird. Da bin ich jetzt noch nicht so weit. Das Buch habe ich von Julian zu Weihnachten bekommen. Da bin ich auch schon ganz gespannt. Ja, und ansonsten, ja, ich trage hier die ganze Zeit schon so ein Tuch. Das hat auch einen Grund, denn ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Seht ihr das? Hier irgendwo habe ich einen Fleck. Ja, also da habe ich ja nun eine ganz heiße Begegnung gehabt. Ganz heiß. Mit dem Lockenstab. Das hat richtig weh getan. Oh, meine Güte, da bin ich da voll gegen gekommen. Das mache ich so schnell auch nicht wieder. Ja, meine Lieben, wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich wünsche euch eine super schöne Woche. Und ja, freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und drücke euch ganz lieb, ganz lieben Grüße. Und bis ganz bald. Tschüss. 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 Tschüss.